Hi, eure Saphir. Ich habe mich dazu entschieden, wir machen jetzt doch erstmal das mit Kultalo. Bevor wir weitergehen in der Hauptstory. Ich hätte sehr gerne, dass er einen Arm hat. Und dabei bleibe ich jetzt auch, auch wenn wir jetzt schon ein paar Mal hin und her gelaufen sind. Und der eine Umweg über die Basis, dann passt... Saphir wollte Kultalo seinen neuen Arm ausprobieren. Auch wenn er nicht genau gesagt hat, wie. Ich sage ihm lieber, dass ich hier bin. Ja. Okay. Da ist ja jemand nachtragend. Hier ist es. Was ist das hier? Siehst du gleich. Komm. Ja. Okay, raus damit, Kultalo. Der Test für meinen Arm ist das. Der bedroht das Tal schon lange. Hat viele vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Nach dir. Mal sehen, wie diesem Ding Metall schmeckt. Ich kann die Maschine mit Schockmunition ausschalten. Jetzt sitzt nicht gerade, dass wir direkt halt reinrennen. Das ist sogar nur ein normaler. Also wir hatten... In der einen Folge hatten wir tatsächlich... Ähm... ...ein, der stärker war. Das war nämlich ein Fortgeschrittener. Das war nämlich so. Was ist das? Die Geräusche, wir haben... Ich höre die verfallenden Warteile! Zieh noch mal dahin! Nichts hält uns auf! Munition für dich! Kommi! So! Tja, der neue Arm funktioniert jedenfalls. Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre... ...falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Durch die übrige Zeit... ...bin ich einfach nur ich selbst. So ist es mir auch am liebsten. Ich danke dir. Für deinen Beistand. Hier. Als Zeichen unseres Sieges. Danke. Dann sehen wir uns. Mögen die Zehn mit dir sein. Uh, Behemoth-Kraftlader. Panzerschnapper-Zirkulator. Cool. Okay. Damit wäre das dann schon mal erledigt. Hm. Ja gut. Das war jetzt... Das war jetzt recht kurz. Ihr hättet gedacht, das dauert ein bisschen länger. Ja. Ein Färber hätte sicher Interesse daran. Ist das Eis? Ja, das ist Eis oben. Cool. Okay. Wir schnappen uns das Feuer, was da vorne ist. Und gehen dann weiter zur Basis. Weil ich würde schon sehr gerne weitermachen. Mit der Story. Und wer weiß. Mal gucken, wie es läuft. Und danach machen wir vielleicht noch die ein oder andere neben Quest. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, wie es passiert. Einfach wo man nie... bisschenANS. Unverständlich? Also einfach wo man nie... Ach, das ist ein Panzerwanderer. Wer kämpft denn gegen den? Ganz kurz. Das sind teilweise sehr komische Geräusche, die die machen. Also ja, das ist der Platz, wo wir gegen den, äh, gegen den Links gekämpft haben. Ein herumkrabbelnder Panzerwanderer. Was wohl in dem Behälter auf seinem Rücken ist? Ah, wer weiß, wer weiß. Wir gehen mal weiter. Wir gehen weiter. Genau. Ich wollte schon Feuer. Wollte ich gerade irgendwas sagen? Ich glaube, ich habe es vergessen. Die machen sehr interessante Geräusche, die Panzerwanderer. So. Und. Mal hier hin. Ich musste tatsächlich auch mir, äh, einen neuen Krallenschreiter zähmen, beziehungsweise überbrücken, weil der letzte ist irgendwie abhandengekommen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie, ich, im Kampf gegen den Schlachtrücken hat, stand der ja noch rum. Und der hatte das eigentlich überlebt. Also, sobald ich mich erinnern kann, stand der ja am Ende da noch rum. Aber irgendwie war der dann, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einfach genau den gleichen noch mal geholt. Und was ich auch noch gemacht habe, außerhalb der Aufnahmen, äh, ich habe unsere Rüstung noch ein bisschen gelevelt und, äh, den Seilwerfer, den wir haben. Also, ich war noch ein bisschen, ein bisschen fleißig, ich habe noch was getan. Ja, solche verrückten Sachen machen die Alten. Okay, da ist noch eine Werkbank. Ich gucke noch mal ganz kurz hier. Haben wir noch was, was wir abgeben können? Äh, ja gut, nee, nicht wirklich. Ich habe ja auch nicht so wirklich gegen die gekämpft. Und ansonsten, vielleicht noch die ein oder andere Brutstätte, müssten wir noch machen. Glaube ich. Mal ganz kurz gucken. Ammunition machen wir auf jeden Fall noch. Bevor wir weitermachen. Okay. Gut, Hauptstory, Hauptstory. Wo ist er? Da. Willkommen zurück. Hallo, Eli. Hey, Gaia. Also, Beta und ich. Du hast... ...bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten. Freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Ah, ja. Über die alte Welt gehen wir nach Gemini. Fragen über die Unterfunktion. Fragen zu den Senats. Oh mein Gott, das ist echt viel. Zustand Biosphäre, das interessiert mich. Nachdem du nun Äther, Demeter und Poseidon hast, was ist mit der Biosphäre? Die lokalen Bedingungen haben sich verbessert. Superstürme haben nachgelassen. Zahlreiche Wasserquellen wurden gereinigt. Und Bodenbedingungen wurden saniert. Diese Verbesserungen werden den Umweltkollaps für einige Monate abwenden können. Mit etwas Glück hast du schon bald die Festes. Dann kannst du die Biosphäre endgültig reparieren, oder? Korrekt. Ich werde in der Lage sein, Roboter zu entwerfen und zu produzieren, um die Umweltschäden, die bewirkt wurden, umzukehren. Ich werde in der Lage sein, Roboter zu entwerfen. Wenn wir nach Gemini kommen, muss ich auf einem der Kerne der Anlage installiert werden. Der zweite Kern ist für Hephaestus. Mit Hilfe der Omega-Freigabe kannst du ihn schnappen. Und dann kannst du ihn absorbieren? Nicht ganz. Du musst den bösartigen Code von Hephaestus manuell entfernen, vor der Verschmelzung. Wie lange wird das dauern? Weil die Arbeit zwischen dir und Beta aufgeteilt wird, wird sie etwa viereinhalb Stunden dauern. Und währenddessen schaffen die anderen mit dem Impulsgenerator eine Ablenkung für uns? Korrekt. Sie nehmen Positionen an der Brutstättentür ein und feuern ihr Gerät ab. Der Energieanstieg sollte eure Aktivitäten bis zum Ende der Verschmelzung tarnen. Und dann haben wir alles, was wir zum Besiegen der Zeniths brauchen. Klingt nach einem Plan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde viereinhalb Stunden echt verdammt viel. Was Beta angeht, ich habe nie den Unterschied zwischen uns gesehen, bis heute. Sie hat so vieles durchgemacht. Völlig alleine. Ihr beide habt viel durchmachen müssen. Unterschiedlich in fast jedem Aspekt. Doch gleichermaßen bemerkenswert. Ich sehe euch gern als zwei Wunder an, die Elisabeth Sobeck geboren hat. Dann sind wir drei. Vergessen wir nicht dich, Gaia. All diese Daten, die ich in alten Bunkern und Ruinen gesammelt habe. Ich hätte nie gedacht, dass andere Leute sie wirklich ansehen würden. Meinen Observationen zufolge beschäftigen sich deine Begleiter regelmäßig mit diesem Material. Errand hat bei diversen Gelegenheiten nach Geburtstagspartys gefragt. Er scheint irritiert von der Tradition zu sein, süßes Gebäck zu servieren. Da sie nicht zu der Tradition der außer Rampas sprudelndes Starkbier anzubieten. Er schlug auch vor, für dich eine Party auszurichten. Als Überraschung. Äh, ja. Nein, danke. Das hatte ich mir gedacht. Ach, Eloy. Kommt Kotalo mit anderen klar? Ja, obwohl er es die meiste Zeit vorzieht, allein zu sein. Er scheint Daten zum Vormarsch der Kriegsmaschinen und bedeutenden Schlachten während der Ferro-Plage zu sammeln. Um eine Karte von Operation Enduring Victory zu erstellen. Sein Ziel ist offenbar, die Kriegstaktiken der alten Welt zu studieren. Das würde ich gern einmal sehen. Es ist wohl ein persönlicher Zeitvertreib. Er hat mein Angebot, bei seinen Forschungen zu helfen, mehrfach ausgeschlagen. Wir gewöhnen sich Alva ein. Alva war schon seit ihrem Eintreffen begierig, die Daten im Archiv zu studieren. Eine bestimmte Datei erregte ihre Aufmerksamkeit. Informationen über einen Maschinenassistenten, der Lebensräume sauber und ordentlich halten sollte. Ich informierte sie, dass ich, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus erlernt habe, womöglich solch eine Maschine entwerfen kann. Das wird dir sicher gefallen. Als ich begann, deinen Weg zu suchen, dich zurückzubringen, hätte ich nie gedacht, wie jetzt hier zu sein. Unter Freunden. Sie haben es alle mit ihrer improvisierten Bildung weit gebracht. Da schlug vor, dieses Modell auf weitere Stammesmitglieder auszudehnen, sobald die Biosphäre sich stabilisiert hat. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Okay, solange du es bist, die die Lektion leitet. Ah, oh Gott. Ähm, wo war ich jetzt? Unser Fortschritt? Äh, Omega-Freigabe wollte ich noch machen und dann machen wir weiter. Eins habe ich mich gefragt. Wie konnte Ted Farrow eine höhere Freigabestufe als Alpha erstellen? Elisabeth sorgte dafür, dass er das Projekt nicht stört. Womöglich beauftragte er seine eigenen Techniker, eine Hintertür zum Zero Dawn System zu schaffen, ohne Elisabeths Kenntnis. Meine Vorgängerin wusste nichts von ihrer Existenz, bis er sie aktivierte, um die Apollo-Datenbank zu eliminieren. Das ist tatsächlich ein blinder Fleck. Einer, der uns erlauben wird, Hephaestus zu bezwingen. Ja. Äh. Okay, Leute. Zeit, loszugehen. Ich rufe alle zusammen. Ich rufe alle zusammen. Ich rufe alle zusammen. alles klar verbindung hergestellt fahre hoch ich bin auf diesem kern installiert und bereit mich mit dem brutstätten netzwerk zu verbinden schön deine stimme zu hören alle zusammen feuert eure impulse und macht sie platt in an der brutstätte das ding es blinkt war das richtig wenn in positionen meiner brutstätte mein impuls generator bringt also funktionieren sie ich bin ebenfalls an meiner position und mensch auch alles klar kein muckst mehr bis ich das okay gebe ich bin raus gaia schnappen wir die bestie ich verbinde mich jetzt mit dem brutstätten netzwerk elizabeth sobeck alpha prime aktiviere omega freigabe elizabeth sobeck alpha prime aktiviere omega freigabe freigabe bestätigt initiiere eindämmungs sequenz kritische bedrohung erkannt dringend ein dämmung entgegen die kappe externe verbindungen es klappt er kann nirgendwohin erdreifung schläge vor im ziel eventual fall 13 11 malware entdeckt versuche entfernungen eindämmung ein riss da anlage aktiviert starte autonome verteidigung anweisung neutralisieren also sind maschinen auf dem weg achten da kommen sie die cool war denn bitte der anfang aber ganz ehrlich haben uns oma Bleib weg! Aloy! Hilfe! Zurück! Hier drüben du! Ich mach mir mehr Sorgen um Beta als um alles andere, was ich finde. Ich brauche hier Hilfe! Ach, natürlich. Alles okay, alles okay. War eigentlich der falsche Knopf, aber okay. Oh, wo kommt denn der Beermott her? Kannst du mal laufen? Oh Gott, Mädchen, bitte. Meine Güte! Zurück! Meine Güte! Hä? Hier drüben du! Das ist gut. 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 Mich nervt gerade ein bisschen, dass ich die Maschinen nicht mehr scannen kann, um zu gucken, wogegen die allergisch sind, sag ich mal. Aloy! Ich brauche hier Hilfe! Ja. Ja. Ja, ich wollte den gerade überbrücken. Meine Güte, ey. Ach, Mann, ey. So ein Fotze. Was? Zurück! Ja! Hier drüben, du! wieso du bist doch alleine da ich kümmere mich doch um den behemord das waren erstmal alle ja gut ich kann ohne bräuchte nicht mehr ich habe den verwüste erst gar nicht gesehen muss ich dazu sagen die anlage geflohen ich werde ihn wieder hertreiben ich repariere in der zwischen ich hatte auch ehrlich gesagt mehr damit gerechnet dass wir uns von anfang an erst in die die gutstätte schlagen müssen und nicht dass wir direkt praktisch im kern anfangen ich wusste festes finden und ihm aus einem versteck scheuchen wo immer er ist er muss in den kern zurück ich habe mich in den fokus gepätscht du solltest wissen dass in der nächsten kammer ein enormer stromverbrauch herrscht danke für die info ich bin fast da ja aber kannst du wie soll ich denn jetzt hier okay aber wie soll ich jetzt hier hier hoch kommen ja das ist eine gute frage ich habe nämlich keine ahnung ich weiß es nicht ich kann mich ja hier von der kante fallen lassen aber das bringt mir ja nischt was ist die bei der maschine ist irgendein zahnrad vielleicht kann ich es ziehen wer soll denn darauf bitte also spiel wer soll denn darauf kommen das haben wir vorher noch nie gemacht Ich glaube, er ist da, wenn wir rechts weitergehen. Aber wir gehen jetzt erst mal hier hin. Okay, jede Menge interessanter Sachen. Kurz hier ein bisschen Munition machen. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es verhindern. Ich weckte, diese Metallträger führen mich zu seinem Materialvorrat. Ich wette, da versteht sich auch ihr Festes. Okay, aber muss ich jetzt da rüber? Ich bin nächstlich auch. Ich muss herausfinden, woher Festes sich versteckt. Es gibt ja wohl zwei Wege. Naja, sie hat ja vermutet, dass es in der Richtung... Die Maschinen gehen schnurstracks in eine andere Kammer. Ich folge ihnen lieber. Okay, ich muss da hoch und... Ich könnte auf einem der Metallwagen mitfahren. Ja, es muss definitiv da hoch. Äh... Frage... Ah, da. Ich habe keine Ahnung, was Hephaestus da zusammenbaut und ich will es eigentlich nicht wissen. Okay, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Gibt es da was? Da ist ein Greifer. Okay, von hier aus müssten wir eigentlich... Eloy, ich... Ich konnte die meisten Bauteile neu verbinden, aber... Der Energieprozessor... Test kaputt. Wir können keinen neuen herstellen, also... Kann ich den Kern nicht reparieren? Okay, ähm, mal sehen. Äh... Was, wenn du den Prozessor umgehst? Verbinde ihn mit... Dem Energieknoten! Das könnte klappen! Ich glaube auch. Ah! Ah! Okay. Nur noch ein bisschen. Okay. Wie kriege ich jetzt der Fest ist hier raus? Da muss ein Knoten sein, den du überbrücken kannst. Bei der mittleren Plattform. Danke. Aber ich sollte mich erst um die Maschinen kümmern. Verdeckt. Ich muss hier weg. Höh! Oh, wo kommst du denn jetzt? Okay. Kannst du mal weggehen? Oh, jetzt habe ich zwei davon, die hier rumspringen. Klasse. Meine Güte, gegen was wollen die denn nochmal Wasser aufnehmen? So. So, frage und frage, da. Ja, nicht so. Ja. 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 Oh, nein, nicht ran springen. Oh, jetzt ist der Nächste hier. Oh Gott, ach so, das ist, ja okay, ich dachte eben das ist noch eine andere Maschine. Boah, jetzt will der Großer auch noch mitspielen, ach nee, komm. Ich muss sagen, die Fangurus sind echt nervig. Aber das liegt eher daran, weil die die ganze Zeit so dämlich hin und her springen. Und weil die Kleider sind. Und weil die Kleider sind. So, Versuch Nummer 2. Okay, geht da jetzt wieder zurück? Das klingt, als sei er in eine andere Kammer geflohen. Natürlich. Tja, er sollte sich nicht zu gemütlich machen. Oh Mann, für Festus ist echt, ich würde mal sagen anstrengend. Ja, jetzt ist er wahrscheinlich den anderen Weg. Lang, okay. Der Gang ist voller Plasma. Ich muss da irgendwie rüber. Eyloi, es kommen mehr Maschinen. Bitte sag mir, dass du bald fertig bist. Ich arbeite daran. Hier sind auch ganz schön viele Maschinen. Ich glaube, Erin verpasst was. Eyloi, ich komm hier ganz gut voran, aber ich brauche etwas, das das Schaltmodul zusammenhält. Ein Gelenkband von einem Maschinenkadaver? Ja, oder etwas leuchtendes Geflecht. Und dann mit einem Umwandlungszylinder verstärken. Für verbesserte Konnektivität. Ich glaube, ich glaube, wir schaffen das, Eyloi. Okay, das war jetzt nur Bonus. Wir gehen auch so zielgerichtet gleich da hinten. Gegen die dürfen wir wahrscheinlich auch gleich kämpfen. Vielleicht kann ich die Schienen für mich nutzen, um über den Schild zu kommen. Hm, das heißt, ich muss da... Und ich höre Wächter. Ja. Ich höre echt verdammt viel aus. Ach, was haben wir denn jetzt da? Eine starre Schnauze, natürlich. Junge... Oh Gott... ... ... ... ... ... ... Ah! Notfallablassung von Pipeline J85 atmieren. Also ich muss sagen, das Spiel ist ganz schön groß. Oh, nichts schon wieder. Das klingt nicht gut, ich versuche den Zugriff wieder herzustellen. Oh, komm, nimm deinen Schwanz da weg. Meine Güte, ey. Oh, ne, jetzt liebt das Teil auch noch. Ich glaube Eis, ich glaube Eis. Mann. Oh Gott. Toll. Das hat jetzt vollgebracht, da mit Eisrauch zu holen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh, kann ich mal ganz gut. Strom, okay. Muss ich gucken, habe ich Strom bei? Ja, habe ich. Nochmal ganz kurz den Schildern. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich glaube auch. Aber egal. Das ist ja toll. So, jetzt wieder ein neues Versteck. Äh, Aloy, ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Da ist etwas im Gange. Hier auch. Alles leuchtet. Die Maschine, die Hephaestus gebaut hat, sie muss fertig sein. Was auch immer das ist, es ist sehr stark. Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Sollen wir zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, Beta. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Okay. Pass auf dich auf. Beta will die Maschine ablenken. Oh, Gott. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, nach links abliegen. Oh Gott, wenn die Maschine fertig ist, dann muss das irgendwas größeres sein. Okay, Hephaestus hat keine Lust mehr. Guckt euch diese Kisten an. Wir wissen alle, dass das... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal, wenn er mir das anzeigt, mit von wegen, ich habe Spulen, die ungenutzt sind. Ich muss mal ganz gut gucken. Nee. Ja, okay. Nee, ist alles gut. Ich bin jetzt. Deine Einmischung wird jetzt beendet. Setze Prioritätseinheit Estll 1 ein. Ich sollte erst scannen. Wie viele Dinge an ihren Wein leuchten. Ich glaube, sie lädt auf. Hallo mein Liebling Jetzt wird es unangenehm Ich würde mal behaupten, ich habe geübt Ich weiß, was du kannst und es ist unangenehm Okay, da ist was mit Dings in die Luft geflogen Oh, muss daneben Das war's Geschafft Es müsste noch einen letzten Knoten geben Gut, halte ich bereit Ich schicke Herr Festes zu euch zurück Ja, es hat noch einen Knoten Oh Er muss sagen Der war jetzt nicht ganz so schwierig Wie der andere, den wir am Strand hatten Aber ich glaube, der war vom Level her auch 75 Ich glaube, der andere war 47, oder? Ich weiß es nicht, aber Ach ja, das ist die Waffe von dem Äh, ich muss Da Da hinten Okay Oder ist das jetzt die Kammer, wo er jetzt noch drin ist Kommt jetzt noch was? Sollte ich lieber Ich mache mal ganz kurz Munition Sicher, sicher Kein Verstecken mehr, Herr Festes Möschung steht bevor Rückzug in den Kern der Anlage Okay Herr Festes ist zurück im Kern Sorg dafür, dass er dort bleibt Ich komme zurück Und dann starten wir die Verschmelzung Alles dank dir, Beta Ich bin froh, dass du hier warst Und du, Val Ohne dich Hätten wir das alles nie geschafft Ja, gleichfalls, Aloy So, an der Stelle mache ich mal Schluss Ich weiß nicht, wie viel Story als nächstes noch kommt Deswegen ist die Folge ein bisschen kurzer Wir sehen uns in der nächsten